Oh, da haben wir noch so ein Dingens. Und dann dürfen wir uns jetzt dem letzten Diener widmen. Das riecht ja fast so, als wären wir bald durch. Und? Ein Stundenglas. Upgrade. So, wo müssen wir denn dann jetzt hin? Ähm. Ach, bitte. Geht mir doch nicht auf den Sa... Okay. Ähm. Wenn die sich lieb haben, wollen wir mal nicht stören. Wobei, ich glaube, die öffnen uns dann die Tür. Ah, dann hau doch auch drauf hier. Nein, du musst doch auch einmal draufhauen. Nein. Nein, komm schon. Ah, lass mich weg. Nein. Ah Mann, ihr Mistfücher, ihr seid doch dumm wie Scheiße. Jetzt schießt doch nicht auf mich. Ah. Diese Gegner manchmal. Ah, ja. So. Na los, Maske kaputt. Immerhin. So, und dann könnt ihr wieder auf den anderen gehen. Na los. Äh. Du Mistvieh. Ach, komm schon, ey. Falscher Knopf. Verdammt. Es war zu spät. Ah, dann komm her. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo es lang geht. Ich denke mal, wir müssen euch jetzt einfach besiegen. Oh, da schmeißt jemand. Oh, da schmeißt jemand diese hässlichen Klauen nach uns. Ist es vielleicht so, dass das Vieh da hinten schon wieder am Aufstehen ist. Ja. Oh. Das war gefährlich. Wow, 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 wow. Ist jetzt gut, mein Freund. Ah, das hätten wir blocken müssen. Verdammt. Stirbst du auch mal? Sieht gut aus. Und da gehen wir natürlich, wow, wow, auf Seite. Ah, komm schon. So, wir hauen jetzt zusammen. Ah, wow, wow, wow. Mit dem Krawallpanzer auf das Dämon-Vieh. Oder er schießt auf das Vieh. Ist natürlich für mich kein Problem. Wow, wow, wow. Ah, Mann. Äh, so nicht, mein Freund. So nicht. Wow. Äh. Äh, das geht nicht. Okay, okay. So, komm her. Äh, 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 äh. Aua. Okay. So einfach ist das nicht. Komm her. Ja, ja, ja. So ist gut. Weg hier. So. Und nun? Und nun? Ah, können wir da hoch. Okay. Hätten wir auch vorher gekonnt. So viel zum Thema. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Na gut, eigentlich nicht die Frage. Wir können ja nur, nur hier lang wirklich. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja gar nicht. Und nur den Weg hier zurück. So. Und dann den Kartenraum. Okay. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Eigentlich ja auf unserer, auf dem Sitz unserer Burg oder sowas. Er wollte ja da beschworen werden, wo wir rumgammeln. Wo wir gelebt haben, wo unsere Burg stand. Ha. Naja. Müssen wir dann jetzt in unsere... Nein. In unsere Burg müssen wir doch jetzt nicht rein. So. Was haben wir denn? Hauptmissionen im Stadtzentrum. Okay. Da sind wir aber, denke ich mal, oder? Du bist hier. Okay. Dann bleiben wir hier. Und gehen einfach den Weg mal ein bisschen zurück. Irgendwann muss ja was kommen. Ich denke mal, wir müssen einfach wieder da hin. Also, zu unserem Schloss halt eben. Wo wir angefangen haben mit dem Spiel. Da müssen wir wahrscheinlich hin. So, komm. Hoch da. Auch wenn es nirgendwo angezeigt wird. Das ist für mich jetzt das Simpel, also Logischste. Da es ja hieß, er will da auftauchen, wo wir... Ja. Herrschen, sag ich mal. Okay, das kommt mir alles irgendwie gar nicht bekannt vor. Okay. Jetzt sind wir wieder im Stadtzentrum. So, da war... Das Haus vom Sobeck. Und ich glaube, hier nach rechts ging es zu unserem... Oder? Zu unserer Kathedrale? Ich glaube ja, ne? Hier ging es doch zu unserer Kathedrale. Und da kam dieser... Riesendämon dann. Spielt die Kathedrale überhaupt eine Rolle in dem Moment? Oder wo müssen wir hin? Oder müssen wir mal da hoch? Okay. Nein. Da könnten wir hin, aber... Moment. Moment, Moment. Das... Hier stimmt doch was nicht, oder? Dahin könnten wir nämlich... Hochklettern. Ah. So. Da oben war zumindest mal ein Fledermaus-Dings. Ah, hier auch. Das nehmen wir dann doch mal mit. Dank an Regenade Kamp. Regenade Kamp kämpfte und starb mit Würde an diesem Ort. Die detaillierten Geschichten über seinen Kampf gegen die Harpien der Burg dienten den Kriegern als Inspiration, die nach ihm diese schrecklichen, geflügelten Monster besiegten. Sein Beitrag zur Entwicklung der Luftkampftechnik war entscheidend für den endgültigen Sieg über die Mächte der Finsternis. Dank Regenade Kamp sind Harpien heute nichts weiter als eine ferne Erinnerung, die nie wieder zurückkehren wird. Okay. Äh. Ist das hier sogar der richtige Weg? Ich meine, ohne den Doppelsprung wären wir hier ja gar nicht lang gekommen, nicht wahr? Ähm. Spring einfach mal. Hopp. Sieht relativ vielversprechend aus, muss ich jetzt mal gerade so zugeben. Hopp. Hopp. Ah, ist nur ein Hyperkubus. Oder doch nicht, da geht es noch oben weiter, glaube ich. Hallo? Ah. Aber interessant, wie diesmal nichts gesagt wird. So, dann halte ich mal wieder da fest und dann gehen wir da hoch. Genau. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Okay. Okay. Wir sind jetzt einfach irgendwo. Okay. Ja. Äh. Simpel. Why the hell not, ne? So, wie können wir denn da hinkommen? Nö. Also, dann war es das anscheinend doch schon. Spring mal da hoch, bitte. Ja. Müssen wir mal gucken, wo Satan jetzt beschworen werden will. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ja. Okay, danke. So, und dann darüber. Ja. Also, ich denke mal nicht, dass er bei Sobek beschworen werden will. Wir müssen zu unserem Schloss-Dingsi zurück. Oder müssen wir... Nein. Ich gehe jetzt einfach mal da hinten hin. So. Also. Ah. Die Frage ist nur, ist das jetzt der richtige Weg gewesen? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Alles quietscht und knarzt hier. So. Oh. Ich glaube aber, dass es... Oh. Der Weg war. Das andere war ja der Weg zu Bio-Krammig, oder? Oder war das wieder der Weg zu... Nein, das war der... Das ist der richtige Weg, das hier. So, und äh... Ah. Leiter? Oder? Oder wo müssen wir hin? Das hat ja jetzt nicht da gestanden. Ah, zu dem Kubus können wir jetzt auch. Na, komm. Hopp. Na, dann gib mir. Ha. Bisschen Backtracking muss dann ja doch auch noch sein jetzt. Oh, lohnt sich sogar. Aber wo ist jetzt der gute Satan hin? Haben wir vielleicht doch in der Hauptmission einen Hinweis darauf? Ja, zeig mal. Ich muss den von Satan gewählten Ort finden. Okay. Das ist, ähm, natürlich jetzt sehr vielsagend. Ah. Perfekt Omundo. Also, es hieß ja wirklich, dass er in unserer Burg auftauchen will. Ich denke mal, wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt einfach zu unserem ehemaligen Ruheplatz. Das ist für mich der erste Gedanke. Hopp. So, jetzt aber Ventilator. Oh. Ah, wie gut, dass ich mich rumbacken kann. Hehe. So. Ah, und dann hier genau. Wobei, hier ging's wieder ins Bioquemic Labor, nicht wahr? Oder? Ja. Scheiße. Hier geht's ins Bioquemic Labor. Oh Gott, wie bin ich denn zu unserem Haus hier gekommen? Zu... Zu dem... Zu dem Schloss von uns. Das ist falsch. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gern eine detaillierte Karte. Stadtzentrum. So. Kunsthürtel, Siegesplatz. Hm. Stadtzentrum. Das ist richtig. Der will doch nicht bei... Bei... Sobek hier mittendrin... Auftauchen. Okay, da haben wir jetzt so ein Spacko-Vieh. Müssen wir gegen die kämpfen? Ich würde ja nicht drauf wetten. Und ich sag jetzt auch mal nein. Wir gehen jetzt einfach weiter. Okay. Aber ich hab jetzt echt keine Ahnung, wo wir hinrennen. Ah, das hat man davon, wenn man immer einem Pfeil hinterherrennt. Wow. Ach, komm. Nein. Ach, Mann. Lass dich doch nicht von diesen paar Blitzen hier... Durch die Häuser abschießen. Okay. So. Können wir da noch irgendwie da vorne hin? Nein, lassen wir. Ja, hier ging es aber definitiv ins Bioquemic-Ding, nicht wahr? Ach, Leute. Äh, 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 äh. Wo treibt mich das Spiel nur hin? Kunstviertel, da sind wir dann falsch. Hä? Menü. Menü. Weltkarte. Ja, im Kunstviertel sind wir falsch. Wir müssen im Stadtzentrum bleiben. Na, dann wieder zurück. Na, leck mich am. Leck mich am. So, leg den Schalter um. Sollen wir vielleicht doch mal zu... Sobecks Haus hier gehen? Das wäre aber irgendwie nicht das, was er gesagt hat. Es hieß ja, dass wir bei ihm... Äh, bei... Ach, dass er bei uns auftauchen will. Ja, aber... Wie sind wir nochmal zu uns gekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was ist eigentlich hier? Ähm... Ähm... Ah! Ah, okay. Äh, halt. Was? Ich hab grad... Keine Ahnung mehr. Die Musik wird jedenfalls cool. Aber... Ja. Hat nichts zu bedeuten. Glaub ich zumindest. Außer Satan ist jetzt spontan irgendwo erschienen. So. Also der Weg war schon mal für die Katz. Vielleicht sollten wir doch mal versuchen, in Sobecks Haus reinzugehen. Ab, 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 ab. So. Und... Hopp. So. Ja. Ja, der andere Weg nach links, der hat uns ja zu dieser Kathedrale geführt. Wir gehen jetzt mal geradeaus, so. Ich mein geradeaus... Ah, Moment. Nicht da hoch. Geradeaus ist ja, ähm... Oder war geradeaus der Weg zu Bioquem... Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen geradeaus, so. Das ist jetzt für mich einfach der simpelste Weg. Der verständlichste Weg. Und da sind auch die stärksten Gegner. Das riecht einfach für mich nach... Da musst du hin. Ich glaube ja nicht, dass wir wirklich da rein müssen. Huah. So. Ja, wie gesagt, da haben wir noch ein paar Monster drin. Müssen wir mal gucken, dass wir die weghauen. Da. Jetzt fangt er hier mit den Special Moves direkt an. Ey, bleib doch da. Wir haben dich lieb. Komm. Glaub mir. Ich lüge dich doch nicht an. Oh mein Gott. Du Sauvieh. Komm her. So. So. Voll ins Knie hier. Da wird nur noch ins Knie gestochert. Und dann sowas. Ja. So sieht's aus. So geht's bei uns rund. Wuhu. Wuhu. Nix da. Äh. Eigentlich haben wir genug Leben. Also. Öp, öp, öp. Geil. Wir haben in der Luft synchron geblockt. Ah. Okay. Das brauchten wir nicht synchron blocken. Und konnten wir nicht. Aber hier geht's direkt weiter. Habe ich nicht mal sterben. Ah, Mann. Du Saugesicht, du. Du hältst mir zu viel aus. Weißt du das? Okay. Jetzt ist er kaputt. Und. Hopp. So. Ähm. Ja. Können wir hier dann direkt weiter jetzt irgendwo? Wie kommen wir nochmal... Ah, da haben wir ja was. Okay. Ah, ein Kubus. Ich würde eigentlich wissen, wie wir jetzt in das Gebiet kommen, wo wir vorher waren. Ich meine, wo unser... Wo unser scheiß Schloss ist. Müssen wir da... Müssen wir da echt durch andere Gebiete durch? Weil hier geht's ja zumindest mal nicht weiter. Okay, dann müssen wir... Nein, wir sind hier richtig. Zumindest steht es da. Auf der Karte. So, dann gehen wir einfach mal... Zu Sorbecks Haus. Ich meine, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Das würde mich aber trotzdem verwirren. Und wir können da auch nicht rein. Wollt ihr mich verarschen? Weltkarte. So. Hauptmission im Stadtzentrum. Okay. Aua. Aua. Geht mir nicht auf den Sack, ey. Also, wir sind rechts lang, wir sind links lang. Äh, wir sind rechts lang, so. Aber... Wie kommen wir jetzt bitte nochmal... Hä? Ist das ja doch der richtige Weg gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich dachte, da wären wir eben... langgerannt. Als wir... Da sind wir doch eben erst hochgekommen. Ich habe ihn gebeten, Vater. Höh? Der Acolyte ist in der Katedral, wo Sorbeck first gebeten hat. Hörst du, Yuri. Hä? Ah. Da wollte ich ja ursprünglich auch hin. Muss ich jetzt hin und her, oder was? Nee. Aber wie komme ich denn jetzt da hin? Ah, jetzt habe ich einen Pfeil bekommen. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie... Wie komme ich denn da am einfachsten hin? Ich dachte... Hä? Ich wollte ja sowieso dorthin, wo wir jetzt, äh... Gesagt bekommen haben, aber... Das ist nicht im... Im Hauptviertel hier, oder? Okay. Moment, wo schickst denn du uns gerade hin? Da waren wir doch lang. Dann kommen wir doch in ein anderes Viertel. Ach, komm, verarsche. Ich dachte, dadurch, dass wir das andere Viertel dann betreten, würde uns gesa... Ah. Wären wir dann im falschen Bereich gewesen. Aber es ist doch das... Doch die richtige Richtung gewesen. Das ist fies. Das ist echt fies. Mann. Bleibt die Hauptmission einfach hier auf dem Stadtzentrum stehen. Das ist gemein. Aber wenn man dann zurückgeht an den Ort, wo man mit dem Scheiß angefangen hat, kriegt man gesagt, hey, du warst auf dem richtigen Weg, aber... Trotzdem zeigt die Quest dann diesmal was Falsches an. Und deswegen glaubst du das, wie zu dumm wie du bist. Musst auch mal an dich selbst glauben, Bubi. Immerhin bist du fucking Dracula. So. Und hopp. Halt dich fest. So ist richtig. Na dann. Ähm, ja. Mann. So schön unnötig. Nur weil die Quest uns verarscht. Ja. Nur weil die Quest uns verarscht. Immer sind die Quests schuld hier. Da waren wir ja lang. Komm, jetzt geh da ran. Ich will nicht nochmal... Alter. Jetzt greift dieses Scheiß-Ding endlich. Boah. Fängt echt gut an. So. Dann wieder da runter. Und dann wieder da hoch. Als hätten wir es noch nicht gehabt, ne? Oh mein Gott. Irgendwas ist hier aufgetaucht. Ja. Alter, ihr scheiß Cheater. Ich bin hier noch nicht mal über die Mauer. Und krieg schon erst einen Laser in die Fresse. Brutalste Verarsche. So. Äh, wo geht's hoch? Da. Oh, springen. Ja. So. Ah, Mann. Dieses... Äh. Dieses Spiel. Denk ich nicht da lang. Die Quest ist immer noch im Hauptviertel. Immer in der... Im Stadtzentrum. Ja, wir waren jetzt im Kunstviertel. Schon seltsam, ne? Ach, jetzt ist es richtig. Jetzt ist es auf einmal richtig, ne? Ja. Ja, komm, dann mach die Tür auf. Ich muss hier noch einen Diener töten und so einen, und so einen Satan. Ah. Geht doch. Danke, danke. Äh, wo geht's weiter? Einfach hier runter? Ach, das wird schon passen. So. Oh, ein Zombie... Äh, ein Zombie. Ein Megadämon. Wer hätte denn damit gerechnet? Ich glaub, da geht's nicht weiter. Aua. So, da sieht das schon besser aus. Wobei... Aua. Ich gerade nicht weiß, wie ich da hochkommen sollte. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Da ist zumindest mal eine Duftnote. Okay, ich glaube, wir müssen dann doch mal die Gegner hier kaputt machen. Weil ich mir sonst nicht sicher bin, wie ich da hochkomme. Ah, da sieht's schon mal ganz gut aus. Alter, nicht auf den Gegner zuspringen. So, da hoch, genau. Okay, okay. Ich hab's begriffen. Ihr wollt sterben. So. Das Amulett werden wir nicht beim Dracula... Beim Tod benutzen. Ach. Satan, das werden wir jetzt benutzen. Ah, das reicht nicht, um die zu töten. Ah, wie uncool ist denn das? Ah, für den hat's gereicht. Aua. So. Ey, komm her, Mistvieh. Ah, du Arschgeburt. Jetzt komm her. Dein Papa hat dich nicht mehr lieb. Was denkst du, warum du dein Herz außen trägst, ha? Mann, äh, Satan hat dich nicht lieb. Bäh, bäh, bäh. Deswegen bist du auch Kanonenfutter, sonst nix. Du machst jetzt gar keinen Scheiß hier mit irgendeinem Charge. Oh, oh. Und. Hopp. Na dann. So. Ah, ei, ei, ei. Der Drache hat nicht gereicht. Schade. So, das hätte ruhig so ein One-Hit sein können. Für normale Gegner. Ähm. Okay. Können wir da irgendwie hoch? Vielleicht. Nein. Nein. Super, dann muss ich mal gucken, wie wir da jetzt anständig hinkommen. Irgendwie müssen wir da ja rein. Ich mein, hier ist ja auch immerhin, ich sag mal nix dazu. Wir müssen also die Gegner besiegen. Ja, ich würde ja schon gern da hoch jetzt irgendwie. Äh, so. Okay, das funktioniert nicht. Ah doch, da war was. Wieso hat das was anvisiert? Hä? Okay. Okay, wie komm ich... Hä? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Wie kommen wir da hoch? Ähm, ja. Super. Jetzt stehen wir hier vor irgendetwas, das uns irgendwie blockt. Und ich hab keine Ahnung, wie wir da vorbeikommen sollen. Ach, geh mir nicht auf den Se... Geh mir jetzt nicht auf den Arsch, du Mistvieh. Ach komm, geh einfach weg. Wie gesagt, dich hat eh keiner lieb. Gott, ich hasse dich. Geh mir bloß nicht auf den Sack, du Spuckrotzfalke. So, das da sieht doch eigentlich so aus. Ah. Mann. Oder von unten oder was? Ja, ist jetzt echt gut. Können wir da rein und dann da durch? Okay, das sieht vielversprechend aus. Hopp. Äh, hopp. So. Okay. Er ist hier. Let's go. Also, die Übersetzung kam diesmal ein bisschen spät. Und ich glaube, da oben war noch ein Kubus. Nein. Da oben. Ha. Oh, es ist gar kein Kubus. Es ist ein Nagel oder ein Upgrade. Aua, ein bisschen Ritzen vor dem Bosskampf. Es ist ein Nagel. Ach ja. Naja. Wie interessant. Ich verzichte gerne. So. Na dann. Jetzt wird's aber echt mal Zeit hier. Ah. Hier. Dreh dich im Kreis. Fidi bumm. Hopp. Die bobbidi. Komm. Hoch da. Höh. Ob das richtig war? Bestimmt, oder? Okay. Wieder Puzzeln angesagt. Ah. Eigentlich hab ich gehofft, jetzt schnell zum Boss zu kommen. Das wär schon geil. Ah. Halt. So. Nein, Moment. Das muss so rum. So. Komm. Man, man, man. Manchmal braucht er ein bisschen, ums einzusetzen. So. Hm. Tütütütüt. Ähm. Moment. So. Nein. Wo kommt denn das hin? Ist das das für da unten? Ja. Gut. Du müsstest für da oben sein. Du bist ein Mittelstück. Komm her. Du Sau. Ät. Ät. Nochmal. Noch eine Runde. Eins noch. So. Und du. Musst auch ein bisschen gedreht werden. Okay. Die andere Richtung wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber wenn's passt, passt es. Gut.